Eben, dass ich bestimmte Dinge nicht verstanden habe, dass ich mir in der Begegnung eines Kunstwerkes Fragen aufgetan habe. Die wollte ich irgendwie für mich lösen oder da war ich erstaunt, dass es etwas gibt, das mir diese Frage stellt. Ich verstehe was nicht, ich will dem näher kommen, etwas zieht mich an, etwas stößt mich ab. Warum ist das so? Und das ist ein ewiges Kommen und Gehen von Neuem und so bleibt es auch immer spannend. Es sind immer die Fragen, die die Kunst stellt. Wenn sie mir eine Frage stellt, dann ist es für mich super. Und natürlich, es liegt in der Natur der Sache, wenn man älter wird und sich so lange Jahre mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt, dann gibt es auch ganz häufig Situationen, dass man Kunst sieht, die Fragen stellt, die man für sich aber schon beantwortet hat in der Begegnung von Kunstwerken Jahre zuvor. Also es entsteht die Möglichkeit oder eine bestimmte Häufigkeit auch von Déjà-Vus, weil es kommen viele junge Künstlergenerationen nach natürlich und es gibt bestimmte Ideen, die offensichtlich wiederkehrend sind in den Köpfen der Künstler. Und junge Künstler haben oft Ideen und arbeiten daran, von denen ich denke, denen bin ich schon einmal begegnet. Und die wurden schon einmal in einer bestimmten Form formuliert. Und dann ist meine Aufmerksamkeit nicht mehr so groß. Oder andererseits denke ich mir dann, es ist interessant, wie der mit dem umgeht. Finde ich auch gut. Also es sind immer die ungelösten Dinge, die mich anziehen. Wenn ich eine Arbeit sehe, die vollkommen perfekt und gelöst ist, schon als Artefakt, dann ist das für mich nicht so interessant mehr. Ich will schon die Brechung.